Drohnen Spektakel in der Bundeshauptstadt Am kommenden Wochenende steigt in Berlin das Saisonfinale der Drohnen Champions League DCL und Sport 1 ist beim Showdown in der Königsklasse des Drohnensports mittendrin. Deutschlands führende 360-Grad-Sportplattform präsentiert als Medienpartner der Drohnen Champions AG das erste Rennen Race 1 am Samstag, 2. Dezember, live ab 13 Uhr im FreeTV als Kommentator ist Nico Sepe im Einsatz. Auch bei Race 2 Uhr nachts Sonntag, 3. Dezember ist Sport 1 live dabei und überträgt das Drohnenrennen ab 16 Uhr im kostenlosen Livestream auf sport1.de mit englischem Kommentar. Nach einer Aktion geladenen Saison mit Rennen in Frankreich, Liechtenstein, Belgien und Rumänien steigt das DCL-Finale 2017 als Feature-Event auf dem Konrad Campus in der Station Berlin. Ein Trendsport Drohnenrennen Ziel beim Drohnenrennen ist es, einen Parcours mit fernsteuerbaren Flugdrohnen, auch Racecopter, genannt, möglichst schnell zu meistern. In der DCL messen sich die besten Drohnenpiloten der Welt mit 700 Gramm leichten Drohnen, die eine Spitzengeschwindigkeit von bis zu 140 Kilometern pro Stunde erreichen können. Jeder Racecopter ist mit einer Kamera ausgestattet, die Simultan-Bildsignale an die Videobrillen der Piloten überträgt und somit das Steuern aus der Cockpit-Sicht ermöglicht. Gleichzeitig werden für die Zuschauer atemberaubende Kamerabilder produziert. Die Drohnen Champions League Live auf Sport 1 Anfang September 2017 präsentierte Deutschlands führende 360-Grad-Sportplattform das DCL-Rennwochenende in Liechtenstein im Livestream sowie Highlights im TV und damit die Trendsportart Drohnenrennen erstmals auf seinen Plattformen. Die Live-Premiere für die Königsklasse des Drohnensports im Free-TV erfolgte am 14. Oktober 2017, beim Grand Prix Salina Torda im gleichnamigen rumänischen Salzbergwerk zeigte Sport 1 zum ersten Mal ein DCL-Rennen live im deutschen Fernsehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017